Stier! Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Der heutige Tag könnte einen Wendepunkt markieren, an dem sich deine harte Arbeit auszahlt und Erfolg und Glück in dein Leben bringt, Stier! Das Gefühl, etwas erreicht zu haben, könnte überwältigend sein und dich dazu bringen, deine Freude mit allen um dich herum zu teilen. Allerdings könnte es für dich schwierig werden, die wichtigsten Menschen in deinem Leben zu erreichen. Es ist wichtig, dass du geduldig bist und wartest, bis du deine Neuigkeiten mit denjenigen teilen kannst, die dich bisher unterstützt haben. Ihre Ermutigung ist von unschätzbarem Wert und wenn du deinen Erfolg mit ihnen teilst, wird das deine Freude nur noch steigern. Du stehst oft an einem Scheideweg und fragst dich, welcher inneren Stimme du vertrauen sollst, was zu Momenten des Zweifels und der Unentschlossenheit führt. Denk daran, dass die Dichotomie von richtig und falsch nicht immer eindeutig ist und dass es befreiend sein kann, die Ungewissheiten des Lebens zu akzeptieren. Eine Routine zu entwickeln, die sich auf regelmäßige Bewegung konzentriert, kann in einer Welt voller Variablen eine solide Grundlage sein. Diese Disziplin kommt nicht nur deinem körperlichen Wohlbefinden zugute, sondern sorgt auch für geistige Klarheit und Stabilität, die dich mit einem Gefühl der inneren Sicherheit durch die Unwägbarkeiten des Lebens führen. Die heutige Energie ermutigt dich dazu, einen umfassenderen Ansatz zu wählen, anstatt deinen Fokus zu verengen. Nimm die große Bandbreite an Möglichkeiten an, die sich dir bieten. Ein kooperatives Umfeld zu schaffen, in dem verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen, kann zur Entdeckung einer idealen Lösung führen. Ermutige einen offenen Dialog und einen freien Austausch von Ideen unter deinen Kollegen oder Teammitgliedern. Die Synergie der verschiedenen Standpunkte wird wahrscheinlich die perfekte Strategie oder Antwort hervorbringen, nach der du besucht hast. Wenn es darum geht, deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber deine Gefühle auszudrücken, ist heute eine Pause von der Norm angesagt. Traditionelle Gästen haben vielleicht nicht die Wirkung, die du dir wünschst, daher solltest du über den Tellerrand schauen, um deine Zuneigung zu zeigen. Lass dich von Kreativität und Originalität leiten, denn du willst einen tiefen Eindruck hinterlassen, der die Aufrichtigkeit deiner Gefühle unterstreicht. Ein einzigartiger und unerwarteter Liebesbeweis könnte genau das Richtige sein, um eure Verbindung zu vertiefen und eure Gemeinsamkeiten zu bekräftigen. Mach dich auf eine angenehme Überraschung gefasst, denn dein Horoskop verrät dir die bemerkenswerten Zeichen, die deinem Liebesleben eine neue Dosis Aufregung verleihen und dein Herz höher schlagen lassen als je zuvor. Mach dich auf eine aufregende Reise voller unerwarteter Wendungen gefasst, denn das Universum hat sich verschworen, dir Momente purer Freude und Verbundenheit näher zu bringen. Ob es eine spontane Geste deines Partners ist, die dich sprachlos macht, oder eine zufällige Begegnung mit jemandem, der einen Funken in dir entzündet, diese Zeichen sind wie Brotkrumen, die dich zu neuem Glück und Erfüllung führen. Bleib also wachsam und genieße die glücklichen Momente, die sich dir bieten, denn die Liebe liegt in der Luft und das Universum ist auf deiner Seite. Das chinesische Neujahrsjahr des Holzdrachen lädt uns dazu ein, uns die Qualitäten vertrauen, Mut und Leidenschaft zu eigen zu machen, die der Drache symbolisiert. Dieses verheißungsvolle Jahr verspricht Themen wie Macht, Würde und Wohlstand und ermutigt uns, unsere Ziele mit Mut und Integrität zu verfolgen. Mit dem Übergang des Mondes in die Fische solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um über die schützenden und glücklichen Energien des Drachens nachzudenken, besonders wenn dein chinesisches Tierkreiszeichen Affe, Hahn oder Schwein ist, denn dieses Jahr verspricht besonders günstig für dich zu werden. Lass dich vom Jahr des Drachen dazu inspirieren, neue Höhen zu erreichen und mit einem Herzen voller Mut und einem unnachgiebigen Geist Großes zu leisten. Nun geht es gleich weiter mit deiner Taro-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarotlesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die Karte des Eremiten weist auf eine Zeit hin, in der Einsamkeit und tiefe Kontemplation notwendig sind. Sie zeigt an, dass du vielleicht den Drang verspürst, dich von deiner normalen Routine abzukoppeln, um dich auf dein Inneres zu konzentrieren. Dies ist eine wichtige Zeit für die Selbstreflexion, die Suche nach persönlicher Weisheit und das Treffen wichtiger Lebensentscheidungen auf der Grundlage deines inneren Kompasses. Vielleicht sehnst du dich nach Ruhe und Abgeschiedenheit, um ein tieferes Verständnis für deine Identität und die Richtung deines Lebens zu entwickeln. Diese Zeit solltest du nutzen, um aufmerksam auf deine Intuition zu hören und deine eigenen Gedanken und Gefühle eingehen zu erforschen. Der Eremit ermutigt dich zu einer Reise nach innen, um Einsichten und Antworten zu finden, die dir nur Einsamkeit und Selbstbeobachtung geben können. Diese Karte steht für die sich ständig verändernde Natur des Lebens und das Konzept des Schicksals. Es macht deutlich, dass das Leben ein ständiger Kreislauf aus guten Zeiten und Herausforderungen ist. Das Schicksalsrat erinnert daran, dass alle Lebenserfahrungen vergänglich sind. Es deutet auf eine entscheidende Veränderung oder einen Übergang auf deinem Lebensweg hin. Diese Karte zeigt dir, dass du für unvorhergesehene Gelegenheiten offen sein und dich den Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, anpassen solltest. Sie gibt dir die Gewissheit, dass jede Phase, ob positiv oder herausfordernd, nur vorübergehend und Teil eines größeren Zyklus ist. Nimm diese Zeit des Wandels an und bewahre dir den Glauben und das Vertrauen in die zyklische Natur des Lebens und die Lektionen, die es mit sich bringt. Diese Karte steht für eine Zeit des schnellen Handelns, des Fortschritts und des Vorwärtsdrangs. Sie sagt einen Energieschub voraus, der anzeigt, dass sich die Ereignisse in deinem Leben beschleunigen werden. Die Acht der Stäbe deutet darauf hin, dass eine Fülle von Möglichkeiten und Aktivitäten auf dich zukommt. Sie kennzeichnet eine Zeit, die von schnellem Wachstum, Aufregung und dynamischen Veränderungen geprägt ist. Du solltest darauf vorbereitet sein, schnell und entschlossen zu reagieren und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Diese Karte ermutigt dich dazu, das schnelle Tempo anzunehmen, dich auf deine Ziele zu konzentrieren und selbstbewusst auf deine Ziele zuzugehen. Die Kombination aus dem Eremiten, dem Schicksalsrat und der Acht der Stäbe deutet auf eine vielschichtige Phase in deinem Leben hin. Der Eremit rät dir, dich in dich selbst zurückzuziehen, um in dich zu gehen und Klarheit zu gewinnen. Es ist eine Zeit für tiefe persönliche Erkundung und Verständnis. Das Schicksalsrat deutet auf eine wichtige Veränderung oder einen Wendepunkt hin, an dem es wichtig ist, den Wandel anzunehmen und das Vertrauen in die Zyklen des Lebens zu bewahren. Die Acht der Stäbe schließlich bringt eine Flut von Aktivitäten und Möglichkeiten, die schnelles Handeln und Konzentration erfordern. Insgesamt spricht diese Lektüre von einer Zeit der inneren Entdeckung, des Wachstums und des Ergreifens neuer Möglichkeiten. Sie betont, wie wichtig es ist, auf sich selbst und die vor uns liegende Reise zu vertrauen und sich auf die raschen Veränderungen und aufregenden Gelegenheiten vorzubereiten, die auf uns warten. Untertitelung des ZDF, 2020